Vor dem Eingang der Wiener Universität drängen hunderte Menschen, schieben sich Zentimeter für Zentimeter dem Auditorium Maximum zu. Doch 2000 Überpünktliche überfüllen bereits den Saal. Ein bis 2000 Personen kommen nicht einmal bis in Hörweite heran. Wer sich aber wenigstens in die Nähe der Schwelle vorgekämpft hat, bleibt, ungeachtet der Hitze und Enge, bis hin zur Ohnmacht. Denn was die meisten hierher getrieben hat, ist, der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Und der, der darüber sprechen wird, verheißt Trost, wenn nicht gar eine Antwort. Professor Dr. Viktor E. Frankel. So schrieb eine angesehene Wiener Zeitung über eine Veranstaltung, die wegen starken Publikumsinteresses im Dezember wiederholt werden musste. Viktor E. Frankel ist Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien, zugleich Professor für Logotherapie an der United States International University in San Diego, Kalifornien. Er ist der Begründer dieser Logotherapie oder, wie sie von einzelnen Autoren ebenfalls genannt wird, der dritten Wiener Richtung der Psychotherapie, nach der Psychoanalyse von Sigmund Freud und der Individualpsychologie von Alfred Adler. Frankel hatte aber auch Professuren an der Harvard University, an der Stanford University und an Universitäten in Dallas, Texas und Pittsburgh inne. Vortragsreisen, zu denen ihn insgesamt 174 Universitäten eingeladen hatten, führten Frankel nach Amerika, Australien, Asien und Afrika. Frankels 26 Bücher sind in 18 Sprachen übersetzt worden, einschließlich Japanisch, Chinesisch und Afrikanisch. Allein von seinem amerikanischen Buch Man's Search for Meaning sind zwei Millionen Exemplare verkauft worden. Frankels erste Publikation aber erschien bereits 1924 in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, und zwar auf eine ausdrückliche Empfehlung von Sigmund Freud hin. In den USA wurden ihm drei Ehrendoktorate verliehen und 1976 wurde er zum Ehrenbürger der Hauptstadt von Texas ernannt. 25 Jahre hindurch war Professor Frankel Vorstand der Wiener Neurologischen Polyklinik und seit ihrer Gründung ist er Präsident der Österreichischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie.